RSH Zusammen sind wir Schleswig-Holstein Zusammen sind wir Schleswig-Holstein RSH 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 Zusammen sind wir Schleswig-Holstein RSH Wir waren dabei, als du den Freischwimmer gemacht hast Wir waren bei deinem Abtanzball dabei Und wir sind dabei, wenn dein Junggesellinnen-Abschied etwas verrückter wird, als er geplant wurde RSH RSH Zusammen sind wir Schleswig-Holstein Zusammen sind wir Schleswig-Holstein Zusammen sind wir Schleswig-Holstein. RSH Nachrichten. Schleswig-Holstein. Deutschland und die Welt. Mit Christiane Stiefel. Guten Tag. Die Hochwasserlage in Teilen des Landes bleibt kritisch. Am Kieler Hauptbahnhof läuft der Zugverkehr wieder an. Das Schleswig-Holstein-Wetter. Kurze Auflockerungen, aber auch weiter Schauer möglich. RSH Nachrichten. Alles, was Sie wissen müssen. Bei uns immer um fünf vor. Ja, mit dem Wetter ist es wie mit den Geschenken. Es ist halt eine Überraschung irgendwie, was unter dem Tannenbaum liegt. Eben zog es zu. Nun haben wir wieder strahlend blauen Himmel und Sonne. Aber lassen Sie sich nicht trügen. Das hält nicht lange den Nachmittag. Und besonders der heilige Abend wird uns verhageln. RSH, der beste Verkehrsfunk exklusiv für Schleswig-Holstein. Der einzige mit Pünktlichkeitsgarantie. Und da passen Sie bitte nach wie vor auf. Auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Neumünster Süd und Großen Aspel. Da liegt nach wie vor die große Decke auf der Straße. Heiligabend mit Marco Schwalek. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen. Sie hören Radio Schleswig-Holstein. Das private Landesprogramm der Tageszeitungen. RSH sendet täglich 24 Stunden für Schleswig-Holstein. RSH. Zusammen. Sind wir Schleswig-Holstein. RSH. Zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. RSH. RSH. 91% der Schleswig-Holsteiner sind mächtig stolz auf ihr Land. Aber nicht mal jeder Zehnte hilft und packt in seinem Ort mit an. Was soll das denn? Beweist uns das Gegenteil und stellt euch der größten Herausforderung des Jahres. Die RSH Challenge kommt. Jeden Tag ein anderer Ort. Jeden Tag eine andere Aufgabe. Jeden Tag könnt ihr zeigen, dass man gemeinsam alles erreichen kann. Denn wenn ihr es schafft, unterstützt RSH ein wichtiges Projekt in eurem Ort. Die RSH Challenge. Zusammen sind wir Schleswig-Holstein. RSH. 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 Zusammen sind wir Schleswig-Holstein.